Bist du eigentlich jemand, der Obst isst? Oder bist du so... Ja. Ja, echt? Ich hab gerade eben tatsächlich Obstsalat mir gemacht. What? Ein verrückter Zufall. Das ist wirklich... Als könnte ich... Wie kommst du jetzt darauf, weil du Äpfel gekauft hast? Ja, genau. Ich hab so überlegt, wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich mehr Bock auf einen Apfel oder auf so ein Steak? Und da dachte ich mir, hm, ob Delay sich wohl entscheiden würde, würde er den Apfel nehmen oder das Steak? Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag. Der Bad Wars Woche. Heute spielen wir auf der neuen Map Aredia zusammen mit Delay. Hallo. Hallo. Na? Und das Ganze ist leider nicht hier komplett voll geworden, weil so ein bisschen das Ganze momentan auf den GOMOS-Server ein bisschen, alles ein bisschen rumspinnt. Aber wir wollen das Ganze auch so ein bisschen antesten und vielleicht, wenn die Runde jetzt hier traumhaft verläuft, gucken wir nochmal, ob wir nochmal in eine volle Runde oder so kommen. Denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hab die Map auch immer noch nicht gespielt. Das ist jetzt das erste Mal. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Also ich bin hier wie auf einer tropischen Insel. Das wird jetzt quasi eher so ein Duell gegen Team Blau. Ja, Team Blau, stimmt. Wo du so dieser eine armselige Tropf und grün ist einfach gar nicht aufgetaucht. Ist okay. Da hinten ist ein genickter MC-Expert. Der macht das. Der wird beide Teams raushauen. Und dann... Oh, warte mal. Ich könnte mir während der eine, der die ganze Zeit baut. Haben wir denn irgendwie einen Eisenspa... Oh ja doch hier. Oh, hat sich noch niemand gegönnt. Dann gönne ich mir eben. Ich übernehme mal eben hier. Und wir sind in der Mitte. Jawoll. Warst du denn eigentlich schon mal richtig... Schon mal richtig in der Karibik oder so? Nee. Überhaupt nicht. Generell auf dem amerikanischen Kontinent fahre ich noch nie. Okay. Ich hätte mal richtig Bock irgendwie auf so einen Urlaub mit so richtig... Weil ich war zwar immer so auf, hier sagen wir mal Mallorca, Menorca... Aber da ist ja nicht dieses türkisblaue Wasser und so. Das stimmt. Das würde ich super gerne mal sehen. Weil das muss richtig, richtig nice sein. Oh, wo hat man das denn noch? Karibik? Dann vielleicht... Oh, oh, oh. Da bin ich unterbrochen. Dann vielleicht... Äh, Paderborn? Ja. Paderborn ist bekannt für sein türkisblaues Wasser. Für seine Sandstrände, Alter. Oh, Alter, da kommt ein Blauer. Komm schon. Oh, oh. Mensch, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Wir sind gelb. Ah, das bist du. Ja, ja, da kommt ein Blauer. Oh. Oh, okay. Okay, jetzt läufst du, du alter Blauer-Hallunke, ne? Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan. Guck mal her, du alter Lumpi. Das Blatt wendet sich. Ja, das Blatt hat sich richtig gewendet hier. Oh, da laufen die ganzen Blauen jetzt auch. Komm schon, da mach ich mir... Hö, wie ist der denn runtergefallen? Flickst du, kleiner Schlawiner. Zack. Oh, dich krieg ich auch noch. Hinterlässige Attacke. Zack. Auch down. Aber weißt du, während wir uns jetzt mit Blauer beschäftigen, kommt nämlich... Ja, das wär so geil. Oh, Alter, wie dreht... Haut uns richtig weg. Den einen hol ich hier noch weg. Also, ich weiß... Dann würde er sich hochbauen. Okay, Blaus. Einen Blauen gibt's noch. Ja, guck dir den mal bitte an, wie der so spielt. Aha. Also, bei mir hat er sich gedreht wie so ein wilder Halunke. Okay. Also, ich weiß nicht, ob mit dem alles künftig war. Achso, nee. Den letzten seh ich gar nicht. Achso, du hast den eben noch getötet, okay. Ja, ja, ich glaub, das war der, gegen den du gekämpft hast. Und jetzt ist noch einer übrig. Der hat sich gedreht wie ein... Irgendwo. Ich weiß nicht, ob's ein Hacker war. Aber das war... Der hatte auf jeden Fall eine Maus-Sensitivity von 20.000. 20.000, grob geschätzt. Der eine schreibt schon... Delay. Seh ich den irgendwo? Der eine, Alter. Der ist doch bestimmt irgendwo hier bei denen. Ach, da oben sieht doch ein Namen. Aha. Wo ist er? Der will mit dir verhandeln. Habe elf Gold. Ach, nee, das ist jetzt einer von uns. Achso, ah, okay. Ich will mich natürlich auch nicht drauf einlassen. Nein. Jetzt irgendwo nach der... Du bist jetzt auch hier, ne? Siehst du den irgendwo? Gerade war hier oben irgendwo... Ja, der ist direkt in deiner Nähe. Direkt hinter dir. Oh, oh, oh. Nein, nein. Stark. Da fliegt er. Da ist nur noch der letzte rote Baggerloot. Also keine Sorge, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt gleich probieren, gleich mal ein etwas volleres Game rein zu joinen. Aber jetzt erst mal so einen kleinen Überblick. Das ist so ein bisschen was zum Warmwerden. Weißt du, wie so eine Vorspeise. Ach, auf der Base. Ach, soll die Map auch so ein bisschen Auskundschaften? Ja. So, und der Rode. Das muss ja sein. Der ist noch nicht mal angekommen hier, wie es aussieht. Nee, der macht sich da drüben. Weißt du, der gönnt sich da drüben ein richtig schönes Leben. Was hat er denn in der Hand? Gehen wir mal rüber. Ich habe zwar fünf... Oh, aber er hat einen Bogen. Ach, ja, weil er bei sich... Hat man Gold auch in der Base? Ja, 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 genau. Das meinte er ja auch. Der eine... Ach Gott, da habe ich natürlich ein Problem. Da müssen wir die Taktik natürlich ein bisschen ändern. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich auch nur noch anderthalb Herzen. Guck mal, wo der Goldspawner überhaupt ist. Haben wir hier noch ein bisschen Gold? Notfalls halt irgendwie Enderperle, ne? Ja, aber könnte man machen, um den da so ein bisschen... Der kann da natürlich jetzt perfekt campen. Kann ich mir mal hier... Zack, ein bisschen was zu essen. Zack. Guck vielleicht auch mal bei Blau nach dem Gold. Die müssen wir auch irgendwo einen haben. Stimmt, ja, da müsste auf jeden Fall auch nicht was liegen. Bist du eigentlich jemand, der Obst isst? Oder bist du so... Ja. Ja, echt. Ich habe gerade eben tatsächlich Obstsalat mir gemacht. What? Ein verrückter Zufall. Das ist wirklich... Als könnte ich... Wie kommst du jetzt darauf, weil du Äpfel gekauft hast? Ja, genau. Weil ich habe so überlegt, wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich mehr Bock auf einen Apfel oder auf so ein Steak? Und da dachte ich mir, hm, ob Delay sich wohl entscheiden würde, würde er den Apfel... Würde mich schon für ein Steak entscheiden. Aber ich habe halt hier nicht die Möglichkeit, mal eben so ein Steak zu essen, ne? Ja, das stimmt. Das ist immer so ein bisschen das Problem. So ein Obstsalat ist da schon ein bisschen praktischer. So, der eine gönnt sich auf jeden Fall ein Eisenschwert. Läuft bei ihm. Ich saß dir, der... Der Goldspawner ist hier ganz oben auf der Base, ne? Aber der ist hier komplett leer. Ich glaube, hier war gerade einer von uns. Ja, das war wahrscheinlich der, der sich da ordentlich gegönnt hat. Oder das. Jetzt gucken wir mal, Alter, du kleiner Baggerlood. Bist du da immer noch und guckst die... Ey, da steht er mit gezücktem Bogen. Mhm. Er weiß, wie es läuft. Ja. Aber ich glaube, er trifft nicht so gut. Also ich habe jetzt 5 Gold insgesamt. Vielleicht können wir irgendwie zusammenlegen oder so. Okay, ich weiß nicht, was du jetzt hast. Oh. Oh. Da hat er einfach mal gesagt... Halt, das ist wohl doch umentschieden. Ja, scheinbar. Meine Damen und Herren, nicht allzu spektakulär, aber wie gesagt, ein guter Überblick. Werden wir jetzt gleich noch eine zweite schmalkotastische Runde einlegen. Dann hoffentlich mit ein paar mehr Leuten. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Und dieses Mal sieht das Ganze doch schon mal hier direkt auf dem Scoreboard ein bisschen besser aus. Abgesehen davon, dass auch immer noch dieses Nick-Tool ein bisschen buggt. Zumindest bei Delay. Ich habe das irgendwie jetzt schon richtig gefriemelt. Da muss man tausend mal hin und her switchen. Aber dieses Mal ein bisschen voller. Hoffentlich auch genauso erfolgreich. Lassen wir uns überraschen hier. Ja, natürlich. Na, das wird der absolute Wahnsinn. Ich bitte euch. Nachdem du den Obstsalat am Start hast, kannst du eigentlich nur noch... Die hat mir die Kraft gegeben. Ja. Der Erste schreibt schon, hi YouTube. Hi user left your channel. Ach, Bergy. Ich hatte mich doch... Irgendjemand hatte nämlich eben auch schon hi gesagt oder so. Oder war ich mir nicht... Ja, irgendwas hatte ich gehört. Und ich war mir nicht hundertprozentig sicher, woher das kam. Na gut. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nichts gehört, aber ist möglich. Ich habe mir vielleicht irgendwas eingebildet. Ja. Weil der verschmitzte Herr Bergmann war hier auf KM Channel. Er lauert wieder hier. In lauer Stellung. Alter Lauerhaken ist das. Alter Lauerhaken. Werden Fouquisio da schon stirbt? Oh, die Gegner. Ich hoffe mal, der Dude baut sich ein bisschen nach oben. Ja, wir sind ein bisschen... Baut dich nach oben. Fängt bis hinterher hier. Baut dich nach oben. Baut dich nach oben. Baut dich nach oben. Ach, okay, macht er nicht. Ich mache das mal kurz. Ja, kann man, genau. Einfach nachträglich. Nur kleine Treppe dran. Jetzt wundert er sich. Oh, oh, Mensch. Da ist ja schon direkt einer. Zack, zack, zack. Komm, ich gebe dir hier ein bisschen... Drückendeckung. Wo war das Bett? Willst du direkt mal drauf gehen? Ja, warte. Ich halte hier... Uh, da läuft einer nach. Den kriege ich vielleicht noch. Jawohl. Wo ist das... Nein! Das ist eine gute Frage. Das Bett, das weiß ich nicht. Ich habe es, ich habe es. Nein, nee, nee. Oh Gott, Alter. Ich bin auch runter. Ich kriege Zwecke-Komboot in der Luft. Nee, mich hat er nur einmal getroffen. Der Treffer hat gereicht, dass ich 20 Kilometer nach hinten geflogen bin. 20 Kilometer. Die Runde ist echt noch komplett voll geworden. Ich gerade, ne? Ja, ja, das ist ja gerade das... Das ist das Schöne. Das macht mich auch ein bisschen glücklich. Wirklich schön. Das ist sehr schön. So schön, wie das Wetter momentan ist. Sage ich, glaube ich, irgendwie auch jedes Mal in meinen Videos. Aber ist halt so. Ich habe mein Fenster direkt vor der Nase. Und denke mir dann, ach, Mensch, Alter. Weil ich muss auch gleich nochmal raus in die richtige Welt. Kannst du das vorstellen? Da sind andere... Nur sehr schwer. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Sind wir grün? Ich habe jetzt endlich mal rausgefunden, wo das Bett ist überhaupt. Achso. Sind wir grün? Nee, gelb. Äh, wir sind gelb. Okay. Hier in the middle? Ja, genau. Da oben quasi. Was ist denn das überhaupt? Soll das ein Haus sein? Man weiß es nicht. Sieht aus, ein bisschen wie ein Hund. Wie so eine halbe Brücke. Ich finde, es sieht eher aus wie ein Hund. Oh, so gut. Zwiegrün ist draußen. Definitiv, ja. Die beiden, jetzt müssen wir mal gucken. Vielleicht blau. Die sind auch alle relativ offensiv. Guck ich mal, ob ich mich da nicht so längs schmulen kann. Äh, sollte ich vielleicht mal einen Block setzen? Dann gehe ich mal hier. Zack. Oh, da ist doch, doch das einer in der Base. Der baut aber, oh, da oben ist gerade, oh, nee, da sind sie ja alle. Oh, jetzt muss ich noch ein. Ja, ja, ich laufe da jetzt ganz schnell hin. Vielleicht habe ich Glück. Oh, da kommen ein paar. Nein. Nein, nein, die müssen weggehen. Oh Gott, das sind einfach zu. Oh Gott, ich habe einfach alle genutzt. Sauber. Hast du geschafft? Ja, ich habe so ein Schnazel. Nice, dann haben wir nur noch rot. Perfekt. Das läuft doch. Oh, jetzt sind die aber alle. Zack, der ist down. Der verschlägt sich ja auch nicht. Warte, ein bisschen Action in der Mitte. Okay, ich habe mal schnell was. Ah, der eine will sich jetzt das Gold getten. Der gehört aber nicht zu unserer Klick, Alter. Zack. Wo ist er hingelaufen? Hat er sich das Gold hier noch geholt? Ich habe gerade noch einen blauen rausgehauen. Rot ist hier so ein bisschen. Ich habe gerade einen von denen getötet mit dem Bogen. Wo bist du noch gerade? Äh, ich bin noch bei blau. Und der eine blaue hat einfach Suizid bekommen. Es wäre gut möglich, dass ich jetzt das rote Bett habe. Okay, mach es. Tu es, Delay. Tu es. Und it is gone. Jawoll. It is over now. Du noch weg. Alter, das war aber dafür, dass es so eine große Map ist mit so vielen Spielern. Ja. Haben die Leute aber irgendwie nicht so gut aufgepasst. Ich meine, noch ist es nicht durch. Ich weiß gerade gar nicht, wer unsere Base irgendwie im Auge hat. Oh, das weiß ich auch nicht. Ob das überhaupt jemand hat. Oh, ich sehe dich da im linken Augenblick. Da sehe ich dich da. So ein alten Augen. Er versucht noch hier abzuhauen. Den schmulig ich dir aber weg. Den kriege ich. Komm, komm mit dir. Er läuft jetzt hier so im Kreis. Oh, du Aller. Da hat er sich gegönnt. Gibt noch genug. Oh, da ist ein grüner. Der tötet mich. Echt? Tötet mich nicht. Hat der einen Bogen? Ja, ja, der hat einen Bogen. Das ist nicht so gut, ne? Oh, ich bin jetzt aber hier hinter. Muss erst mal was essen. Hast du einen Bogen? Soll ich dir mal einen Bogen mitbringen oder so? Das könntest du machen. Ich habe tatsächlich auch fünf Gold. Aber, äh. Ja, ich bin gerade sowieso auf dem Weg, weißt du? Das ist gut. Da ist das kein Ding. Ich muss jetzt hier mal gucken. Ich habe jetzt hier so eine... Der wartet doch nur darauf, dass Pidil sich jetzt hier ein bisschen bewegt. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein paar Blöcke. Er schießt mich jetzt hier nicht runter. Oh, oh. Oh, Alter, da höre ich schon wieder die Pfeile. Da ist auch noch ein Roder. Oh, hier ist ein Roder. Der ist ja richtig... Oh Gott, wenn der mich tötet, dann... Ich habe den Bogen für dich dabei. Lauf! Halt ihn weg. Oh, der hat auch einen Bogen. Der rote? Ja, ja. Ich werde mal gucken. Warte, dann muss ich mal den Bogen kurz aus und werde den auch... Hast du ihn? Äh, nee, nee, der... Oh, au, ich wurde auch getroffen. Oh, sauber. Kannst du den mal hier nehmen? Dann kannst du dich mal um den... Danke, ich tausche gegen 6 Gold. Okay, das ist sehr gut. Dann kann ich mir direkt auch wieder was holen. Perfekt. Der hat nämlich auch keine Ausrüstung. Eigentlich, wenn man den ein paar Mal gut trifft. Ja. Oh, die sind ja jetzt aber gerade am Kaufen. Jetzt müsste ich eigentlich die Chance nutzen. Wenn der das nicht schnell genug macht. Oh, yes. Okay, jetzt wird es natürlich fruchtig. Aber es hat nur einer... Haben wir alle einen Bogen? Oder nur einer von denen? Oh, nee. Oh, das sind jetzt zu viele, Alter. Das kann jetzt fruchtig werden. Ah, Mist, Alter. Wir haben uns bis dato fast gleich oft getroffen. Oh, jetzt haben da zwei einen Bogen. Na toll. Jawohl, okay. Einen habe ich getötet. Kann ich dir auch wieder? Okay, sehr gut. Jetzt muss ich da die anderen noch irgendwie kriegen. Der andere läuft weg. Ich habe ein bisschen Falsschaden gegönnt. Ach, du bist bei denen schon? Ja, ich bin bei denen. Da legt er richtig los. Komm, 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 komm. Jawohl, okay. Der ist down und den kriege ich jetzt auch noch. Huh? Der Todesstoß in the freaking face. Meine Damen und Herren, zwei entspannte Runden von Empire. Ne, von, wie hieß es nochmal? Arilia. Nicht Empire. War auf jeden Fall schmagotastisch. Meine Damen und Herren, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Vergesst auf jeden Fall nicht bei dem guten alten Delay vorbeizuschauen. Der macht auch tolle Videos. Machen wir eigentlich gleich noch ein schönes Video-Delay? Oder darf ich nicht auf deinen Channel? Doch, natürlich. Das darf ich? Natürlich darfst du das. Okay, dann gibt es gleich noch eine schmagotastische Runde auch bei Delay zu sehen. Schaut da, wie gesagt, sehr, sehr gerne mal vorbei. Und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.